Jeder kennt den Satz, viel hilft viel und oft heißt es daraufhin, nein, das stimmt nicht. Warum das hier so ist, erkläre ich euch jetzt. Ich habe hier ein wunderschönes Verdichtergehäuse mit Wasserkühlung. Ganz speziell, ich muss zugeben, sehe ich das erste Mal in meinem Leben live. Sinn der Sache ist, dass die Wasserkühlung das Frischluftgehäuse kühlt und damit die Ansaugluft kühler wird und damit der Turbolader ein bisschen effizienter ist und mehr Leistung liefert. Blöd fürs Tuning. Hier hat uns der Kunde seinen Turbolader eingeschickt und hat gesagt, sein Problem ist, er hat Wasserverlust. Was haben wir festgestellt, als wir uns diesen Turbolader angeschaut haben? Er ist bearbeitet. Und zwar hat hier eine andere Firma ein größeres Verdichterrad verbaut. Üblich in der Stage 2 oder 3, wie auch immer. Also ein Upgrade-Turbolader aus diesem wunderschönen Objekt gemacht. Jetzt fällt uns natürlich auf den allerersten Blick auf, warum ist da eine Imbusschraube und woher kommt der Wasserverlust, ist natürlich die Frage, die immer noch da bleibt. Und beim genauen Hinschauen haben wir gesehen, dass hier eine kleine feine Linie zu erkennen ist. Ich hoffe, ihr seht die wunderbar an der Kamera. Und an dieser kleinen feinen Linie ist Wasser ausgetreten. Woher kommt diese Linie? Es wurde einfach zu viel Material abgetragen. Das muss die Firma beim Bearbeiten aber auch schon festgestellt haben, weil sie haben offenbar einen Kanal geöffnet, der hier drunter liegt. Und es sieht so ein bisschen aus, wie man hat gesehen, oh, da ist ein kleines Loch. Dann wurde das aufgebohrt. Es wurde offenbar eine Senkung verpasst und eine, ich würde schätzen, Senkkopf-Imbusschraube verbaut. Und die wurde danach nochmal abgedreht, damit das alles hier so ein bisschen schön im Plan ist. Das heißt, es wurde frei nach dem Motto gearbeitet, was nicht passt, wird passend gemacht. Und ich würde sagen, man hat es einfach übertrieben und dann im Nachhinein versucht zu vertuschen. Der Riss wird wahrscheinlich bei der Bearbeitung noch gar nicht aufgefallen sein, aber er wäre aufgefallen, wenn man sich mit dem Produkt richtig befasst hätte und einfach mal nachgeschaut hätte, wie groß kann eigentlich das Verdichterrad werden, damit das Ganze noch funktioniert. Also haben wir hier ein schönes Beispiel für verfuscht und nachträglich auch noch vertuscht, dem Kunden nichts gesagt. Effektiv führt das dazu, einen kapitalen Motorschaden zu erzeugen. Wir wollen euch so eine Sachen ersparen. Und deshalb findet ihr bei uns oft geringere Leistungsangaben wie bei anderen Tunern, weil wir bei diesem Wettbewerb, um mit dem Risiko einen Schaden zu erzeugen, einfach nicht mitmachen und eher auf solides Tuning stehen. Übrigens fällt mir beim Anfassen hier gerade noch auf, hier ist noch nicht mal ein richtiger Konus gefräst worden. Das ist ziemlich stufenhaft. Ich glaube, das wurde in der Drehbank gemacht. Naja. Also, seid gewarnt bei den Upgrades, die es da draußen so gibt. Seht das als schönes Beispiel für, es kann auch schief gehen, wenn ihr unbedingt die höchste Leistung wollt. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und damit immer auf dem Laufenden bleibt, was solche Themen angeht. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020